Musseltoff, liebes X-Count-Publikum, mein zweiter Tagestipp für Dienstag, 17.11. ist das mittellange Kurzfilmprogramm in der Sektion Made in Germany. Drei Kurzfilme, denn in der Kürze liegt die Würze. Diesen ach so wahren Spruch unterstreichen unsere drei deutschen, wenn auch etwas längeren Kurzfilme vorbildlich. Wichtige Themen wie Antisemitismus, der Kampf um Emanzipation sowie Gewalt in der Ehe werden in den jeweils passenden Laufzeiten mal witzig, aber auch sehr ernsthaft beleuchtet. Im Programm zu sehen sind Mama Nam von Linda Shiva-Klinkhammer, sinkende Schiffe von Andreas Kessler und der bereits vielfach ausgezeichnete Musseltoff-Cocktail von Akadi Kaed und Micky Parch, der zudem für den deutschen Kurzfilmpreis nominiert ist und mein absoluter Lieblings-Kurzfilm 2020. Papa sagt, du riechst wie eine Quale aus, wenn du nicht geschminkt bist. Ich will nicht mit Oma in den Iran. Guck mal, guck mal, ich bin ja, Schatz. Mama guckt ganz böse. Dabei ist doch Weihnachten. Hast du mich drauf? Jetzt? So? Mama, ich bin eine Jägerin und du das Reh. Mama, ich schieße. Peng, peng, peng. Ich will jetzt solche Entscheidungen noch nicht treffen. Spanner. Spanner. In Iran werden wir bestimmt die einzigen Qualen sein.